Der angepisst aus. Oh! Was? Oh nein! Was? Weiß! Scheißblödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Was? Oh nein! Oh nein! Da ist er ja. Ach Gott sei Dank! Oh nein! War das nicht der Typ von Mel? Oh, für Sex geben sie mir den Ring! Och nein! Was soll denn das? Mensch! Hoch? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Poala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dir natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheiß Ring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Das war doch der bei Mel, oder nicht? Können wir noch mit ihm reden? Ah, klauen wir erst mal alles. Die Bananenschale? Nee. Ist da was drin? Ja? Huch. Cool. Das nehme ich auch mit. Zeitung. Huch. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Ich würde sagen, dann ganz schnell hin, ne? My name is Lester Burnham. This is my street. This is my neighborhood. This is my life. Everything is calm in the town. Äh, war das nicht hier drin? Ja. Matt! Ohohoho! Matt! Was? Schieb dich doch drunter her. Mit Kommentaren? Ja, klar. Ich hasse Audio-Kommentare. Die klingen immer so arrogant. Ich schlitz mir lieber den Hals auf. Ah. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Ähm. Matt, ich will dich hier vom Selbstmord abhalten. Aber so wie du dich aufhörst, überlege ich mir das nochmal. Randall, hau ab. Ich will niemanden sehen. Nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an. Halt durch. Wagt das ja nicht? Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren hab? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuch hier, dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen scheiß Ring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werde es versuchen. Ich verspreche es. Na dann, viel Glück. Nimm doch halt einfach irgendeinen Ring. Ich könnte den John Van für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich es richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauch jetzt nur Sally. Viele Abers. Mann, wir schaffen das schon. So wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte... Michse dichse. Was? Ja. Und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen hab. Dann warst du noch zwei Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich hab der Narbe sogar einen Namen gegeben. Zieh mal. Wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Ähm, hey. Erinnerst du dich noch ans College? Ähm, sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du noch, wie wir mal einen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, 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 Mann. Was in Vegas passiert, bleibt nach Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern einfach die Straße runter. Oh, stimmt. Ach, komm schon. Wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr als ich mit Worten ausdrücken kann. Ach, Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach ran und erzählst dir, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das. Hm. Ich bin ja noch nicht so... Oh. Legendär. Ich versuche rauszugehen. Nein, Buck! Ich komm nicht... Und nicht raus. Ah, jetzt. Ich kam nicht raus. Ich hatte schon echt Sorge. Der könnte dann ja wohl bei Mel sein, oder nicht? Also, ich meine, das war doch der, der auch bei ihm da gestanden hat. Oder nicht? Was war da? Ich hab... Verkehr? Ja, wer ist denn da? Ich wusste, dass du hier rumhängst. Kennen wir uns? Ich kenn jedenfalls dich. Also, irgendwelche Untaten zu gestehen? Was? Du hast mich schon richtig verstanden, oder willst du mir weismachen, dass du den Ring nicht in deinem Besitz hast? Bist du ein Bulle? Sehe ich vielleicht aus wie ein Bulle? Wenn du kein Bulle bist, schlag ich vor, du lässt mich in Ruhe. Sonst fängst du dir echt Probleme ein. Das war wohl ein Missverständnis. Hey! Randall! Du Feigling! Wo kriegen wir denn unseren besten Freund Murray her? Steht der da vorne? Murray! Murray! Hey, was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich frage, ob sie beschäftigt sind. Wird mal nicht frech, Junge! Ich weiß, ich stehe hier nur rum, aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ey, genau das hab ich gerade. Ich bin ihr anderes Ich aus einem Paralleluniversum. Na, das klingt ja mal interessant. Aber ich habe gerade keine Zeit, mir das anzuhören. Ich wusste, dass sie das sagen würden. Ich kann ihre Gedanken lesen. Dann weißt du ja sicher auch, was ich jetzt denke, oder? Ja, klar. Sie denken, wenn der mein anderes Ich ist, warum bin ich dann so hässlich? Tatsächlich dachte ich an etwas sehr viel Beleidigenderes. Komm schon, verzieh dich. Randall, du willst etwas von ihm. Sei gefälligst nett. Sie sind nicht zufällig, dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an den eigenen Schwert daran. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Die Waynes. Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist... Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Rollcredit. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor zwei Jahren. Es war ein Verrät mit der Tat und ich war auf Streiten. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereitet. Ja, ja, weiter. Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux-Partner. Also, ging ich der Schnurstrack Sinn. Und da sah ich es. Was? Kommen Sie, Murray. Weiter. Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen. Und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt. Oh, scheiße. Ich sprang in den Teich. Und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also, mache ich eine Tumor-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach, wie ein Mensch, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als sie die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen die trockene Zeile. Da verlor ich alle verstanden. Mein Gott, ich hab alles versucht. Aber es war mir nicht verkönnt zu tun. Es ging nicht. Aber... Seit jenem Tag ehren und belogigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig. Ja, aber... Mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Äh, Mary? Ich glaub, ihre Kollegen machen sich nur lustig über sie. Wie kommst du darauf? Glauben sie wirklich, ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Doch, sagen sie was. Äh, was? Und sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon zwei Jahre her? Warum haben sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Life-Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Käpt'n sagt, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Oh Gott, der arme Kerl. Sie sind ein scheiß Held, Mary. Ich hab gar keine Zweifel mehr. Ja. Deswegen hab ich in letzter Zeit so viel zu tun. Manchmal werde ich in der U-Bahn gebraucht. Manchmal soll ich diese Conventions bewahren. Meine Vorgesetzten wollen sogar manchmal, dass ich ihnen persönlich den Kacken zubereite. Das nennt man Vertrauen, was? Oh ja, ganz klar. Diese Stadt braucht sie. Die Gotham-Batwin brauchen. Ja, so ungefähr. Ich glaub, der hilft uns nicht. Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Erstens, darum habe ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach... Ach, bitte, Junge. Ich hab sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtspotos bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Intenkopf in meine Polizei-Marke gravieren lassen. Ach. Fuck, Mary, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flennen. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Können wir die klauen? Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Ach, die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein! Man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfacher einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand den Hasen auf die Marke gravieren lassen? Vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal, schauen Sie mal hin. Das ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Armer Kerl. Hey! Halt mal, Junge! Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück! Nein! Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Können wir die irgendwie fälschen? Oh nein! Jetzt habe ich sie aus Versehen an mir festgeklebt. Das muss ich gar nicht. Oh nein! Jetzt habe ich sie aus Versehen an mir festgeklebt. Das muss nicht geklebt. Ach, Randall, denk doch mal mit. Kannst du den nicht essen? Warte mal, den kriegen wir sicher nochmal. Bitte sehr, Mary. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiter arbeiten. Hm. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Es geschah in dieser Gasse. Gehen wir doch nochmal zu Randall. Oh nein! Ist nicht wieder ein Montag. Steht nicht wieder unser... Steht nicht wieder Mr. McCown. Was ist das? McCowny vor der Tür und wir haben kein Geld? Und was ist das für ein Van? Ja, ja, ja. Steht hier wer? Dem der Van gehört? Hunde Baby! Hunde Baby! Hallo, Hunde Baby! Aber zu irgendjemandem muss der Van doch gehören. Ach, guck mal! Ach, guck mal! Hey, was geht, Jules? Wo ist Vincent? Ich heiße Pitt und du wirst deinen Arsch hier nicht so leicht aus der Schlinge ziehen. Ähm, klar, Mann. Äh... Übrigens, ich dachte, heute wäre Sci-Fi-Con. Warum bist du nicht dort? Ach, fuck, Mann. Die verfickten Bastarde haben sie im letzten Moment abgesagt. Ich gehe da hin und gebe den verfickten Muschis ne Kugel in den Kopf. Bleib mal locker! Ist doch nicht so schlimm. Immerhin musst du nicht die klitzekleinen Teile Schädel vom Rücksitz pulen oder so. Nicht so schlimm? Nicht so verfickt schlimm? Ich bin ne Atombomben legender Arschloch-Sau, Motherfucker. Jedes Mal, wenn ich meinen VIP-Ausweis sehe und gar nicht dort bin, bin ich voll TNT. Ich bin die Kanonen von Navarone. Im Ernst, was zum Geier mache ich eigentlich hier noch? Ich gehe da hin und mache sie alle alle. Oh, oh. Mann, Junge, bleiben wir mal cool, wie zwei Fonsies. Und bitte sag mir, dass das keine echte Knarre ist, die du da hast. Was hast du gesagt? Mr. 9mm ist immer geladen, okay? Motherfucker! Äh, ja, sicher. Ist klar. Ähm. Schöner Aktenkoffer übrigens. Danke. Was ist da drin? Die Wäsche vom Boss. Du musst für deinen Boss die Wäsche waschen? Geldwäsche. Was für ein Scheißjob. Ja, hab ich auch gedacht. Äh, ich glaub, da hängt ne Socke vom Boss raus. Stimmt. Vielleicht ist es auch ein Finger. Verpasst du auch nem Mann ne Fußmassage? Fick dich. Ich hörte, du bist ein Oberfußmeister. Dass deine Technik so gut ist, dass es nicht mal kitzelt oder so. Fick dich, Motherfucker. Weißt du, ich bin ziemlich fußmüde. Ich könnte auch ne Fußmassage übertragen. Mann, passe lieber auf. Ich bin schon ein bisschen angepisst hier. Na, dann zeig mir doch mal, wie Mr. 9mm arbeitet. Kann ich nicht machen. Och, komm schon. Nur ein Schuss in die Luft. Wir sind hier mitten auf der Schallstraße am helllichten Tag. Ich geb keinen Schuss ab. Das macht ne Menge Lärm. Und ich hab keinen Schalldämpfer. Ähm. Haben wir irgendwas? Warte mal. Wir hatten auf jeden Fall Klebeband. Was geht denn als Schalldämpfer? Das? Bäm. Das erinnert mich an die Schalldämpfer, die man immer in den Filmen sieht. Nur viel billiger. Guck mal. Ich hab einen Schalldämpfer. Hier. Sieh dir das mal an. Hey. Unscheiner, selbstgebauter Schalldämpfer. Für mich? Ja, aber... Ja. Du musst ihn gleich hier ausprobieren. Okay, Bruder. Wenn du darauf bestehst... Ja. Oh! Ah! Was zum Geier war das? Der scheiß Schalldämpfer dämpft gar keinen Schall. Nee. Wenn überhaupt hat er nur alles lauter gemacht. Aber ich bin hier auf der richtigen Fährte. Oh, super. Das Gute ist, dass du mir beim nächsten Mal gleich ein Megafon mitbringen könntest. Und ich würde immer noch glauben, dass das ein Schalldämpfer ist. Weil ich nämlich jetzt taub bin. Hey, bist du irre oder was? Ich kriege hier fast ein Herz, Kasper. Wenn du das nochmal machst, rufe ich die Bullen. Oh! Oh, wir müssen das irgendwie... Ich glaube nicht, dass er den vermissen wird. Und wenn? Dann wäre es mir egal. Wie machen wir das denn? Hm. Da überlege ich mir noch was. Der wird nicht nochmal schießen, ne? Ähm, ein Schuss in die Luft am helllichten Tage. Schade. Ich dachte, vielleicht kommen dann die Bullen und wir könnten die mitnehmen. So. Weißt du? Das wäre eigentlich ganz gäckig. Ich sage es dir. Du.